So Leute, mir wurde empfohlen oder besser gesagt, mir wurde gesagt empfohlen, ich soll mir den Song Massacre von Charisma und Opi Future anhören. Ein Chainsaw Man-Song. Habe ich seinen Namen richtig ausgesprochen? Charisma? Ich hoffe schon. Geiler Anime. Leider dem Hype nicht gerecht geworden, meiner Meinung nach. Hätte ein bisschen besser sein können. Und vor allem die erste Staffel oder die erste Season hätte ein paar Folgen länger sein können. Richtig ausgesprochen. Alles richtig gemacht schon. Wunderbar. Ich bin gespannt auf den Song, kann ich noch nicht. Ich kenne das Video auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch sehr wenig Songs bisher von Charisma und Opi Future gehört. Opi Future meistens nur in den Features mit Angu oder Enma oder mit der Crew halt. Bei Charisma genauso. Aber ich bin gespannt. Wird Zeit für mehr. Absolut. Er hat so eine geile Stimme aber auch. Ja! Eigentlich klar ist es ist, dass ich Und ich allein da denke ich dass die Menschen vor dem furcht haben meine ketten Segen so teuflisch wie will dem ohn sagen wenn ich an einem seil an der bossy blut Bad für das gemütze weil ich mir einen fluch was ich so ich 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 Oh Behandelt wie dein letzter Scheiß, weil ich mich jetzt beweist, egal zu welchem Preis, keine Gnade, wenn es heißt, dass es mich ins Gelmetze schmeißt, nehmt du ohne Family und kämpft mich durch das Leben, kriegt mir jeden eine Mibel für die Ziele alles geben, denn ich will einfach nicht als eine jungen Frau sterben, doch für Maki Mann fache ich meine Wut aus Schmerzen, ja man, für alles dafür, Mann. Nimm mich keine Killer, Massaker und Shane's Omen, weil jeder Gegner zittert, Massaker und Shane's Omen, ich kümmere mich. Nimm mich keine Killer, Massaker und Shane's Omen, weil jeder Gegner zittert, Oh ja, Mann. Auch ein geiler Song, gefällt mir. Danke für den Tipp. Coole Stimmen, die beiden. Schön aggressiv. Ich bin auch die Fresser. Kommt gut. Ey, Pocita, Mann. Einfach ein geiler kleiner Teufel, Mann, mit so einer Kettensäge ans Nase. Was für ein cooler kleiner Charakter. Das ist einfach so süß, so sweet. Geil. Hey. Vielen lieben Dank. Schreibt mir gerne noch weitere Empfehlungen in den Chat, in die Kommentare. Wir hören gerne weitere Songs an. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Lass bei dem Video hier, guck mal hier, Anime Baller, ist direkt hier. Hören wir gleich rein, mal direkt. Lass bei dem Video hier aber auf jeden Fall ganz viel Liebe da. Schaut mich noch oben, netten Kommentar. Beim originalen Video auch. Schaut dort vorbei. Lass dort netten Kommentaren, ganz viel Liebe da. Alles, Mann. Alles. Und mit diesen Worten, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.